Das Kabinett des designierten US-Präsidenten Donald Trump nimmt weiter Gestalt an. Hightech-Milliardär Elon Musk übernimmt mit dem Geschäftsmann Vivek Ramaswamy eine sogenannte Abteilung für effizientes Regieren. Ihre Aufgabe solle es laut Trump sein, Regierungsbürokratie abzubauen, überflüssige Vorschriften zu streichen, verschwenderische Ausgaben zu kürzen und die Bundesbehörden umzustrukturieren. US-Heimatschutzministerin soll South Dakotas Gouverneurin Kristi Noem werden. Sie hat sich in der Vergangenheit für Sicherheit an der US-Grenze eingesetzt, teilte Trump mit. Zu seinem Grenzschutzbeauftragten will Trump den ehemaligen Chef der Grenzschutzbehörde ECI Tom Homan machen. Der 62-Jährige werde für alle Abschiebungen illegaler Einwanderer in ihr Herkunftsland verantwortlich sein, erklärte der 78-Jährige. Der Militärveteran und Fox-News-Moderator Pete Hexeth soll das Amt des US-Verteidigungsministers übernehmen. Auf den Posten des Chefs des Auslandsgeheimdienstes CIA rückt demnach der frühere US-Geheimdienstkoordinator John Radcliffe vor. Der republikanische Kongressabgeordnete Mike Walz soll den wichtigen Posten des nationalen Sicherheitsberaters übernehmen. Ein weiterer Trump-Getreuer, der frühere Gouverneur des US-Bundesstaates Arkansas, Mike Huckabee, soll neuer US-Botschafter in Israel werden. Unterdessen wird Trump am Mittwoch vom scheidenden Präsidenten Joe Biden im Weißen Haus in Washington empfangen. Anders als Biden hatte Trump nach seiner Wahlniederlage im November 2020 einen ordnungsgemäßen Übergang verweigert und im Bruch mit der Tradition auch nicht an Bidens Vereidigung teilgenommen.